ich habe kaum noch munition ohne ich weiter so oft wie ich in der wahn war doch schon das sieht alles so gleich aus scharf geschossen ich hab mich jetzt auch nicht mehr gefunden das war hat jetzt was gebracht vielleicht geheimer teleporter der uns mehr feinde bringt das ist von da oben guck mal jetzt hoch das haben wir deaktiviert ja das ist echt deaktiviert ansonsten lässt jetzt matsch jetzt geht die tür auf geil das gefällt mir nicht wurscht die illuminati kommen endlich mal was richtig schönes gegen diese scheiß kröten mein kopf juckt wenn ich auch meine waffe die mir gefällt trifft trotzdem nichts herz kubus was was ist was 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 ich wurde erleuchtet hat das genau wie dann sucht auch nach der erleuchtung ja wo geht es jetzt lang mal kaputt machen ja ja ich komme aber nicht hoch naja oder hin oder rein wow ich habe eine geheime rüstung gefunden wo denn hier in der ecke tja dein aiming ist nicht mal im springen perfekt ich habe auch gerade gar nichts gedrückt womit wir wieder beim loopfilter wären ne ich darf das ich habe es geschafft alle guten trinke sind drei ja komm alter ich habe fünf leben aber die hast du eigentlich völlig erraised die kugel moment mal ich musste noch die statue zerstören ach hier ist der teleporter immer freigeschaltet haben ja ach jetzt im aufeinander sein ich bin anscheinend irgendwo hingelaufen wo ich nicht hin sollte geheimnisse drei von vier hier haben wir haben deshalb stimmt im wasser kommenden gehen wir wieder auf die gegner mhm sexy bürger fisch hässlich bürger 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 Geh mal hinterm Wasserfall, Jan. Da ist was für dich. Oh, unter Wasser sind Raketen und... Au, ha. Was ist hinterm Wasserfall? Ich war noch nicht da hinten dran, aber ich mache jetzt nichts. In Rucksack? Ja, da hat Munition für alles drin. Ja, wenn die Schrotflinte da schon auffloppt, dann kannst du Munition für alles sein. Eine He-Mein-Rüstung. Na gut, ich habe 100, 100. Ich habe hier noch so ein... Keine Ahnung, ich habe 83, 66, was? Ich habe hier die Telefonnummer irgendwie. Wählen Sie jetzt 0193, 83, 66. Nehmen Sie. Was kriegt man dann von dir? So, das ist nicht meine Nummer. Oh. Ist ja nichts, als wäre das Vieh groß, ne? Jetzt ist es kein Boss mehr. Jetzt ist es ein normales Vieh. Oh, ruckelt das gerade bei mir. Au. Oh, ist der groß. Oh. Ja, bei mir klitscht da gerade alles rum irgendwie. ja kommt franz macht sich mucken man er legt mich doch diese vier sind doch echt zum kotzen ja das spiel läuft gerade mit 40 fps flüssig was wackelt hier so wenn es noch munition auf der insel das war gerade anstrengend jetzt will mein pc gar nicht mehr die viecher sind nicht lustig welche die arschreier oder die klär was war das jetzt was ein internet lag ja ich stand an land und der ist im wasser explodiert hat mir schaden gemacht als würde ich vor ihm stehen das hat keinen sinn ach da passt das mit dem hat man magica auch wir haben es gelöst irgendwie blubbaum nehmann rüstung irgendwas kommt jetzt ist mir egal wenn das noch eine grüne rüstung irgendwie will das spiel hey der hat was eingesammelt los müssen angreifen so ungefähr kommt das bei mir an da muss ich das wieder schauen ich sehe das wieder schauen ich sehe das wieder schauen geh weg ach mein finger ach tut mein finger weh so wir gehen mal weit will ich auch sagen hey was ist denn dahinten vielleicht ist da jetzt echt noch was gewesen irgendwas sagt mir hey du wirst jetzt sterben die nerven die nerven aber übelst die triffste kaum und wenn sie sich treffen bist du schon tot Oder? Nein, das... Ja, genau!